Ja, hey Leute, MrSemtex hier und herzlich willkommen zum vorerst, wahrscheinlich letzten Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel bestimmt schon gelesen habt, da steht ja irgendwas drin, von wegen aufs Wiedersehen, tschüss, das war's, bye bye und bis dann. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich werde mich nicht komplett von YouTube verabschieden. Ich werde mich einfach nur aus dem aktiven Dienst zurückziehen. Ich glaube, die Formulierung trifft es ganz gut. Das heißt, ich werde nicht mehr, ich werde es nicht mehr versuchen, regelmäßigen Uploads zu bringen, weil ich bin es einfach satt. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab keinen Bock jetzt hier einen auf, ja weiß ich nicht, nach außen hin korrekt zu machen, weil viele YouTuber, wenn sie mal irgendwie in einem Video sind oder haben eine Kamera im Gesicht, dann reden sie ganz anders, als wenn man es mal privat in Skype hat oder sowas. Und ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Also wenn hier jetzt irgendwas bei ist, nur dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, mein Gott, dann geht euch ja hängen, ist mir scheiß. Es klingt vielleicht hart, aber es ist mir wirklich langsam, es ist mir wirklich einfach Wumpe, weil ich bin mittlerweile 24 Jahre alt. YouTube ist für mich ein Hobby, war immer für mich ein Hobby gewesen und wird auch immer für mich ein Hobby sein. Und ein Hobby, was einem keinen Spaß mehr macht, das macht man nicht mehr, weil dann ist es kein Hobby, dann ist es irgendwann eine Verpflichtung. Wozu soll ich mich denn bitte verpflichten? Ich sag mal, in Fällen wie zum Beispiel bei Commander Krieger, da kann ich's verstehen, dass wenn Krieger mal sagt als Beispiel, oh ich hab heute voll keinen Bock ein Video zu machen, aber dann trotzdem eins aufnimmt, a für euch, dass ihr was zu gucken habt, und b natürlich auch, weil er davon selbstständig ist, dass das irgendwo auch muss, das ist selbstverständlich. Dann würde ich's auch machen. Wenn ich davon selbstständig wäre, dann würde ich auch sagen, ja gut, Alter, dann machst du jetzt halt einfach. Du musst ja irgendwie über einen Monat kommen. Und Kühlschrank macht sich nicht von alleine voll. Aber ich habe meinen Hauptberuf, in dem ich gut verdiene, also kann ich auf das Taschengeld von YouTube verzichten. Um den Punkt schon mal rauszunehmen, weil jeder, der bisher irgendwann mal irgendwo behauptet hat, dass ich geldgeil auf YouTube wäre, der hat überhaupt gar keine Ahnung von meinem Leben. Und die können sowieso mal wegbleiben, weil die haben anscheinend meine Kanalphilosophie nicht verstanden. Aber es ist ja auch egal. Erstmal vorweg zu dem, was im Hintergrund läuft. Es ist mir scheißegal, ich habe keine Ahnung, ich bastle euch da irgendeinen Dreck rein, irgendein Gameplay, was ich vielleicht noch auf der Platte rumfliegen habe. Keine Ahnung, von wem das ist. Wenn, dann ist es vielleicht unverlinkt, wenn ich da den Namen noch weiß. Oder ich nehme irgendwelche alten Videos von mir, die ich einfach auf Mute stelle und botze in den Hintergrund. Oder irgendwelche Bilder oder was. Ihr werdet schon sehen, was da ist. So, erstmal vorweg, bevor jetzt irgendeiner von euch was Falsches denkt, dass ich jetzt aus dem aktiven Dienst zurückgehe, hat nichts und auch gar nichts mit Commander Krieger oder dem Padawan-Projekt oder irgendwas in der Richtung zu tun. Nein, das Padawan-Projekt ist eine mega geile Sache. Und es ist wirklich für euch und für jeden, der es ernsthaft betreibt, eine wahnsinnige Chance, um Geld zu verdienen, bekannter zu werden und einfach sich eine feste Position oder einen festen Namen zu machen in dieser YouTube-Szene. Also dadurch, dass ich als Beispiel nach dem Motto, oh, jetzt ist Schimpanse da und blablabla, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also wer irgendwie in die Richtung denkt, ah, falsch, Abbiegung, wieder zurück, andere Richtung. Also das hat damit nichts zu tun. Krieger ist mit der korrekteste Mensch, den ich kenne. Das habe ich schon bestimmte tausend Videos gesagt, obwohl ich Ewigkeiten und Ewigkeiten immer und immer wieder nichts gemacht habe, stand er immer hinter mir und hat immer gesagt, nein, Samtex, du hast deine Chance, du bist Padawan, du machst wieder was, geil, hier, mach weiter. Hat er immer getan und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Mein Problem ist einfach nur, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt und ich habe auch den kompletten Rest dieser Woche Urlaub. Und wisst ihr was? Ich habe mich diese zwei Wochen einfach mal nicht mit YouTube beschäftigt. Ich war mit Kumpels zocken gewesen, ich habe mit meiner Freundin Filmeabend gemacht, ich habe was auch immer, ich bin durch die Stadt gefahren, ich habe mich aufs Sofa gechillt und einfach mal mir den ganzen Tag eine Staffel Big Bang Studio angeguckt. Und wisst ihr was? So gut wie jetzt ging es mir die letzten Jahre noch nicht, weil ich einfach mir mal Zeit für mich nehme und mir keinen Kopf darum mache, oh, ich muss ja noch das aufnehmen, weil hier und da und bla und blub. Und Mensch, jetzt hast du schon so lange dies und das und jenes nicht mehr gemacht oder mir weiß ich was für Gedanken mache, für nächstes Samtex explodiert, was für ein Thema ich nehmen könnte, was für Witze ich einbaue oder mich wie fürs Facebook Samtex explodiert, da 12, 13 Stunden hinsetze und da an dem Video rumbastle. Wofür denn? Für irgendwelches dummes Rumgehate? Es ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis und ich bin es auch langsam leid, das Thema zu verschweigen, ehrlich. Es sind einfach, 90% von den Abonnenten sind asoziale Wichser. Es ist einfach so. Das sind die letzten 13-jährigen Hauptschulidioten, ehrlich. Die in einer Toilette rumstehen und mit einem Edding-Hakenkreuz anmalen. Genau diese Assis kurven wie dumm auf YouTube rum. Und ich will nicht sagen, dass welche wie Juliens Blog oder so Schuld daran sind, dass diese Assis auf YouTube unterwegs sind, weil über so asoziale Videos natürlich unter asozialen Leuten viel gesprochen wird und dann die asozialen noch mehr asoziale auf YouTube ziehen. Natürlich sind es Zuschauer irgendwo, aber auf solche Zuschauer kann ich verzichten. Ich erinnere mich in diesem Moment immer an meine Anfangszeit auf YouTube zurück, wo ich so von kurz vorm Kommentieresgewinn bis Kommentieresgewinn Anfang Padawan bis Padawan so gewonnen war. Das war die geilste Zeit überhaupt. Natürlich irgendwo, weil man einen Hype hat. Natürlich, wenn man einen Hype hat, ist es immer geil. Man kriegt eine Milliarde Nachricht mit, du bist der Geilste und du bist der Beste und du bist der Boss und man gewinnt diese Wettbewerbe. Es ist natürlich der Hammer. Man kommt auf einmal mit den ganzen großen YouTubern in Kontakt, die vorher so genauso weit weg waren wie Russell Crowe und Hugh Hefner oder sowas. Natürlich, das ist der Wahnsinn und das ist natürlich geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war die geilste Zeit, die ich auf YouTube hatte. Aber auch die Zeit davor, wo ich meinen kleinen Gümmelkanal mit 0 bis 600 Abonnenten ungefähr hatte. Bei 686 Abonnenten, glaube ich, hatte ich Kommentieresgewinn, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Das war einfach geil. Man hat seine kleine Community gehabt, seine 10 aktiven Leute, die immer mal was kommentiert haben und irgendwie sowas. Und es war einfach geil. Und was mir einfach auf den Sack geht, sind Adi-Assis. Es kann doch, abgesehen von Assi-Kanälen, und da kann jeder zuzählen, was er möchte. Ob es Leute sind, die Schwänze in der Hand halten oder irgendwelche Bitches-Videos machen oder wie man Frauen schlägt als Tutorial oder irgendwelche verkleideten Schwämme sind oder was auch immer. Assi ist vollkommen scheißegal, was für ein Assi-Assi ist. Assi und Assi, Leute gucken Assi-Videos. Und solange man sowas nicht macht, wird immer irgendwo rumgeflammelt. Als Beispiel, es geht mir total auf den Sack, dass irgendwelche Leute mit irgendwelcher rassistischen Scheiße, mit irgendwelcher politisch inkorrekten Dreck und mit irgendwelchen Müll-Inhalten, die meistens so viel Inhalt haben wie ein Luftballon oder sowas, wo du echt, wo ich mir sage, Maka, das machst du doch nur für die Klicks. Es gibt so viele YouTuber. Ich stelle mich ja hin, gucke mir den Kanal an und blätter von A nach B die Videos durch und denke mir, klick geil, klick geil, klick geil, klick geil, klick geil. Und solle Leute haben Erfolg ohne Ende. Da rennen die Leute noch hinterher und sabbern denen die Codreste aus dem Arsch raus, ehrlich. Und dann sind Leute wie Kila Junge zum Beispiel, der ein übelst korrekter YouTuber ist, mit denen ich mich auf der Gamescom auch gut verstanden habe und dessen Videos ich schon immer sehr, sehr gut fand. Und die stagnieren irgendwo so auf der Stelle rum, weil sie vernünftige Videos mit gutem Inhalt machen, mit vernünftig Informationen machen, was aber einfach von den Assis nicht geschätzt wird, weil wahrscheinlich 90% der Assis zu dumm sind, überhaupt zu verstehen, worüber Paul in dem Moment gerade redet. Und die restlichen 10% wahrscheinlich einfach keinen Bock haben, weil, scheiße, muss ich schon in der Schule anhören? Dann brauche ich das nicht auch noch in meiner Freizeit? Guck mal hier, der zeigt, wie man Frauen schlägt. Total bescheuert, ehrlich. Natürlich ist es Freizeit und natürlich soll man sich in seiner Freizeit auch mit Sachen beschäftigen, die einem Spaß machen. Aber ich werde mich garantiert nicht prostituieren. Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich weiß, dass mein Kanal quasi tot ist. Und das muss ich auch nicht in 100 Nachrichten am Tag geschrieben bekommen. Wenn mir irgendwelche Leute Kommentare schreiben, lol, so viele Abonnenten und so wenig Klicks, das sehe ich, das kriege ich mit. Das muss mir derjenige da nicht reinschreiben. Das weiß ich selber. Was soll ich tun? Soll ich mal eben YouTube anschreiben, ob sie mir 55.000 Abonnenten löschen können, weil die sowieso nicht gucken? Nein, machen sie nicht. Soll ich Videos hochladen und mich so richtig zur Nutte machen, wie jede zweite Woche Semtex explodiert und dann irgendwelche Videos über irgendwelche Was ist geiler? Lolo da Dota 2. Was ist besser? Xbox One, der Playstation 4. Meine Meinung über Elotrix. Meine Meinung über Commander Krieger. Und hier ist nochmal was Geiles. Hier ist nochmal der Gronx-Song oder was auch immer. Name-Dropping bis zum Totumfallen. In jedem Video, wo ich irgendwie... Ich switch einmal kurz auf den Commander Krieger TS während der Aufnahme. Zack, Commander Krieger in den Titel schreiben und sowas. Weißt du? Richtig. Richtig da rumhure, wie sonst was. Natürlich, da kommen die irgendwann Stück für Stück wieder, weil dann sagen die sich, oh wie geil, reiben sich die Nippel und sagen, ja, kriegen wir genau das, was wir wollen. Aber das will ich nicht machen. Es ist mein Kanal, es ist mein Hobby. Und das Ding gestalte ich, wie ich es möchte. Und wenn ich früher sehr viel COD gebracht habe und früher sehr viel Commentaries gemacht habe und diese Commentaries natürlich Teil meines Erfolges waren und diese Commentaries sind auf einmal nicht mehr da und natürlich sind dann auch die Zuschauer, die die Commentaries sehen wollten, nicht mehr da. Und diese Zuschauer erstmal wieder dazu zu kriegen, zu sagen, hey, es sind jetzt doch mal zwei, drei Commentaries gekommen, guck sie dir doch mal an. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das versteht Kollege Asi, der irgendwelche dummen Kommentare schreibt, versteht sowas nicht. Und das ist das Problem. Wenn ich sage, Call of Duty macht, ich bin bei COD Ghosts, bin ich Level 3. Viel mehr als das, was ich direkt hochgeladen habe, habe ich gar nicht gespielt und ich habe schon die Schnauze voll von dem Spiel. Black Ops 2 ist die größte Pest und ich werde es, glaube ich, verbrennen, ehe ich es nochmal in meine Konsole stecke. MV3, über das ich ein Hassvideo gemacht habe, ist meiner Meinung nach noch das geringste Übel von den drei Geschichten. Ich verabscheue COD echt mit jeder Phase an meinem Körper. Deswegen werde ich mich nicht zur Hure machen und nur weil irgendwelche Pisser es wollen, scheiß COD hochladen. Es ist einfach so. Ich habe die Schnauze voll davon. Und wenn ich nur noch verficktes Minecraft und League of Legends bringe und das sich nur fünf Leute angucken, das ist mir scheißegal. Ehrlich. Und da muss ich mir keine dummen Sprüche darüber reinziehen. Ganz ehrlich. Erstmal Punkt 1. Diese Kritik kommt von irgendwelchen fünf Abonnenten-Leuten. Wenn die doch angeblich so eine fette Ahnung von den ganzen YouTube-Mechanics haben, warum sind sie dann so glücklich da unten? Dann geht es mir auf den Sack, dass man ständig für dumm verkauft wird. Dass einen ständig irgendwelche Leute anschreiben und meinen, man ist geistig behindert. Und rallt nicht, was für einen Hintergrund die haben. Dass sie einen anschreiben und sagen, ey Sintex, ich habe so eine Serie, da stelle ich dir mal ein paar Fragen. Hast du mal Bock drauf? Dann sage ich, alles klar, können wir machen. Laden wir auf deinem Kanal hoch. Und kaum hast du es gemacht, kannst du es mal liken, kannst du es mal auf Facebook posten. Warum? Erst erzählen sie mir, oh Sintex, wir finden dich voll geil und es interessiert deine Meinung für das Video. Dann gebe ich denen meine Meinung, aber im Endeffekt wollen sie nur die Likes, die Klicks, die Abos, die Views. Nichts anderes. Und genauso ist es immer wieder. Manche sind vielleicht stro-dumm, aber wenigstens ehrlich und schreiben, ey Sintex, kannst du meinen Kanal abonnieren? Danke. Und dann gucke ich rauf und ist ein Video hochgeladen. So. Aber die sind wenigstens ehrlich. Dann gibt es auch andere, die einen ständig anschreiben, die ständig eins sagen, die irgendwas am besten noch faken, die irgendwie so einen Kommentar faken unter ihrem Video, wo drin steht, du musst ohnehin mal ein Duel mit Sintex machen und dann kriege ich bei Facebook einen Screenshot von der Scheiße. Nach dem Motto, ey Sintex, die Leute haben voll Bock auf dich auf meinem Kanal. Und dann denke ich mir so, ey cool, die Leute haben Bock drauf, alles klar, gehst du hin, machst du ein Video, bla bla bla. Und im Endeffekt ohne Like, ohne Kommentar, ohne was auch immer, was ich dann im Endeffekt noch da lasse, ist es dann gar nicht gewünscht. Nein. Denn man möchte nur die Likes haben. Da kann ich auch gleich einfach nur stumpf irgendein scheiß Video liken. Da muss ich mich dann nicht hinstellen und groß irgendwas mit aufnehmen. Und es ist einfach diese, diese Zweideutigkeit, diese Heuchlerei, die mir einfach so auf den Piss geht. Dieses Hintenrumgeficke, dieses, dieses, dieser virtuelle Schwanzvergleich Abonnentenzahl. Wirklich, es kotzt mich an. Das sind teilweise die letzten dummen Kellerkinder oder irgendwelche Idioten, die für, die bei DSDS rausgeflogen sind, die jetzt denken, oh mit YouTube kann ich auch Geld verdienen, ohne, keine Ahnung was, eine Ausbildung zu machen oder irgendwie sowas. Und sich hinstellen mit 14 und sagen, ich mach jetzt einen Kanal und spam und fuck da alle großen YouTuber ab, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Idiot finde, der mit mir ein Video macht, dass ich erstmal so schön mit 5000 Abonnenten starte. Weil, alles andere ist ja unter seiner Würde. Wir müssen ja bei uns dafür arbeiten, erstmal ein paar Startabonnenten zu kriegen. Andere, wie bei mir, bei mir heißt es ja auch, du bist nur so groß wegen Krieger. Ja, natürlich bin ich nur so groß wegen Krieger. Aber ich habe mir Krieger, so gesehen jetzt mal, erarbeitet. Ich habe meinen Kanal erst ganz normal aufgebaut, habe meine Abonnenten bekommen, Stück für Stück für Stück, kommentiere es, gut gemacht, gewonnen, verdient, gewonnen. Ins Pader war ein Projekt von Krieger ausgesucht worden, das war damals nicht mit Bewerbung, da hat er mich ausgesucht, dass ich da mitmachen darf, mit der anderen, das Ding gewonnen. Und zwar mit einem Punkte Vorsprung, wo alle drei anderen hätten zusammen nicht mehr so viele Punkte gehabt, wie ich. Nur um das mal zu erwähnen, also das habe ich auch definitiv verdient gewonnen und nicht knapp gewonnen. Das Finale, Rebiz hat aufgegeben, weil er viel Schulstress hatte und ob es jetzt war wegen Schulstress oder weiß nicht, weil ich den Hype hatte und er hat sich gesagt, ach, dann habe ich da auch kein Bock, das ist mir auch vollkommen scheißegal, da will ich mir gar keinen Kopf drüber machen. So jedenfalls verdient gewonnen, das Ding. Das heißt, wenn natürlich dann auch über solche Dinge Abonnenten kommen, ist das vollkommen logisch. Aber das sind verdiente Abonnenten und das versteht auch wieder keine Sau. Oh, Krieger, hörst du gar nichts. Ja, toll. Super, Alter. Weißt du, was für ein Sinn. Jolo, Swag, was wäre Eminem ohne Dr. Dre? Was wäre 50 Cent ohne Eminem? Auch nichts. Aber das interessiert keinen Menschen. Eminem ist geil. Natürlich ist Eminem geil. Aber wodurch wurde der erst bekannt? Durch Dr. Dre. Aber sind einfach nur Beispiele. Bevor ihr mich jetzt auf irgendwas festnagelt und sagt, Eminem hat aber auch schon vorher eine CD gehabt, mit der er 2000 Stück verkauft hat und bla bla fucking bla. Dieses Besserwisser-Geficke geht mir nämlich genauso auf den Piss. Und es ist mir scheißegal, dass ich jetzt hier schon bei 15 Minuten, wenn das Video eine Stunde ist, ist es mir auch scheißegal. Und wer mir jetzt noch zuhört, herzlichen Glückwunsch, weil dich scheint wirklich zu interessieren, was bei mir los ist, warum erst mal nichts mehr kommt, etc. pp. Die Leute, die einfach nur draufgeklickt haben, weil sie vielleicht dachten, dass ich höre jetzt auf, Video ist vielleicht ein Fake, nur um am Anfang zu hören, dass es nicht Fake ist und haben wieder ausgeschaltet, auf so eine Leute kann ich verzichten. Die Leute, die sich hinstellen und sagen, oh, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, oh nee, kein Bock drauf und gehen wieder weg, kann ich auch drauf verzichten. Danke, dass du an dieser Stelle noch zuhörst und dementsprechend, dass du auch gerne wissen, was bei mir los ist, weil es scheint, dich anscheinend wirklich zu interessieren. So, was ist noch bei mir? Ich arbeite extrem viel. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Ist mir auch scheißegal. Ich arbeite extrem viel momentan und mache Stunden, natürlich jetzt, wo ich Urlaub habe, nicht, aber wie gesagt, meinen Urlaub genieße ich jetzt einfach mal. Ein paar Tage bei meiner Mutti gewesen und, 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 war richtig schön. Ein bisschen krank bin ich auch, aber egal. So, wie gesagt, ich arbeite sehr, 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 sehr viel momentan. Ich mache Stunden über Stunden über Stunden über Stunden und da geht es mir ähnlich, wie die Mahornhände. Ich komme nach der Arbeit, nach einem extrem langen Arbeitstag. extrem anstrengend Arbeitstag, nach Hause und habe einfache Besseres zu tun, als mich hinzusetzen und ein Video zu machen für irgendwelche undankbaren Leute. Es ist einfach so. Wofür soll ich mich hinstellen? Was soll mich denn bitte motivieren? Soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, ja, komplett GTA 5 wurde total gehatet. Jetzt habe ich richtig Bock auf die nächste Videoserie oder was? Ja, natürlich. Oder, boah, ich lade ein Video auf meinem Kanal hoch, hey, und das kriege ich ganze 5 Likes. Yes! Jetzt habe ich aber Bock. Damit will ich nicht sagen, dass ich nur Bock habe, wenn das Feedback da ist. Aber, dass wenn das Feedback da ist, hat man mehr Bock. Es ist einfach so. Es ist so. Wenn du merkst, du kannst hochladen, was du willst und du machst fette Klicks und kriegst Likes und wirst geliebt, dann hast du auch viel mehr Lust, was zu machen, als wenn das nicht der Fall ist. Und wie schon gesagt, ich trete aus dem aktiven Dienst zurück. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr hochlade. Das heißt einfach nur, dass ich nichts mehr hochladen werde, worauf ich keinen Bock habe. Und wenn 8 Monate am Stück nichts kommt, dann habe ich 8 Monate am Stück keinen Bock, irgendein scheiß Video zu machen. Punkt. Wenn ich dann was hochlade, und das ist League of Legends, dann ist es halt fucking League of Legends, weil ich da vielleicht gerade Bock drauf hatte. Wenn ich nochmal ein Samtex explodiert mache, dann mache ich eins. Mache ich keins, ist das auch so. Und wenn ich es dann mit, weiß ich nicht, mit Raufasertapetenaufstellung von Hornbach hinterlege, dann habe ich da vielleicht gerade einfach Bock drauf. So, und genau so werde ich YouTube jetzt handhaben. Es ist ein Hobby und ich werde es wie ein Hobby behandeln. Und das heißt, es steht an allerletzter Stelle in meiner Tagesplanung. Und wenn es 4 Monate nicht reinpasst oder in die Lust oder wie auch immer, passt es 4 Monate nicht. Ist einfach so. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich nochmal ein separates Video für Kriegers Kanal machen, wo ich auf dieses hier verweise und das Ganze wesentlich kürzer gestalte. Solltet ihr das bei Krieger jetzt schon gesehen haben, wisst ihr vielleicht auch schon einiges. Solltet ihr jetzt noch nicht geguckt haben und jetzt natürlich seht euch, wie es mit Padawan etc. pp. weitergeht, dann schaut euch doch bitte das Video bei Krieger an. So, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich habe auch keinen Bock, jetzt noch weiter zu reden oder zu labern oder was auch immer. Ich freue mich schon auf die ganzen endlich bist du weg Kommentare und sowas. Wichse ich mir jetzt schon mal einen drauf. spiel mir an den Nippel und leck mir das eigene Sperma von der Brust runter und kraul mir dabei die Brusthaare von links nach rechts und weil sie von rechts nach links wachsen ist mir auch alles sowas von scheißegal. Am nächsten Mal würde ich jetzt echt noch so ein paar rassistische Dreckscheiße rauszuhren. Einfach so nach dem Motto, strikt doch das Video YouTube, wenn ihr wollt, fickt euch, leckt mich am Arsch und und das ist der Punkt, der mir so dermaßen auf den Piss geht. Google Plus ist der letzte verwichste, beschissene Drecksmüll, den sich YouTube jemals einfallen lassen konnte. Das geht mir so auf den Piss, dass ich schon gar keine Lust mehr habe, überhaupt auf scheiß YouTube drauf zu klicken. Ich habe seit dem Google Plus Update mir nicht eine behinderte Nachricht durchgelesen, die ich gekriegt habe, weil ich weiß zwar, wo ich es finde, ich habe aber keinen Bock, mich durch meinen halben Kanal durchzuklicken, um meine scheiß Nachrichten zu lesen. Ehrlich jetzt mal. So, das war's. Ich bin raus. Tschüss, bis denn. Man sieht sich irgendwann, Mr. Semtex.